Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Tricky Taos mit dem Not-So-Freedom-Squad. Viel Spaß bei der Folge, die heute ein bisschen anders ist, weil jemand nicht in der Lage war, den Modus richtig einzustellen. Manu, viel Spaß. Ei, erstmal mit dem Überleben anfangen, Leute. Ist das nicht schön? Mein Lieblingsmodus. Oh, läuft die Aufnahme? Ja. Nee, wir spielen jetzt einfach so. Controller nicht mehr verbunden? Was? Jawohl. Jetzt, haut einen raus, haut einen raus. Oh nein. Schnell, jetzt ein Punishment. Eine Strafe. Ja, hat ja keiner. Alter, guck mal, was ein Safe. Ich versuche hier hochzukommen. Wie ich spiele gerade, ich mache so richtig langsam, ich drücke gar nicht. Wenn ich jetzt verliere, wäre das so traurig. Ist aber auch so traurig, bin ich ganz ehrlich. Die Mucke, die macht mich immer wieder mal egal. Vor allem, dass das bei Überleben passiert. Also, bei dem anderen wäre das aber auch scheiße, bei dem Rätsel. Holy, es wird schnell, Leute. Es wird schnell. Oh nein. Ich hab's, ich hab's da kackt. Ich hab verkackt. Ich nicht. Ich nicht. Weil wir ist alles perfekt. Ich lass mir ab jetzt Zeit. Deshalb jetzt. Ja. Ja, vorher versuche ich immer noch schnell runterzuhauen. Äh, au. Was passiert? Das ist dumm. Was ist passiert? Schau doch da hin. Guck doch noch ganz rechts. Oh nein. Hilfe. Kann das mal aufhören, so schnell zu gehen? Danke. Zombie? Ja, ich hatte am Anfang eine Schräge gebaut und die hat mich das komplette Match übergemobbt. Das kenn ich. Das kenn ich sehr gut. Unlucky Schräge würde meine Mutter... Es ist geil, wie meine Plattform mich gerade umbringt. Wie einfach bei Mordatower in dem Block runterfällt. Oh nein. Bitte reiß nicht alles runter. Plattform. Oh nein. Oh nein. Was? Easy. Easy. Ich seh gar nicht was passiert, aber es ist so easy. Oh nein. Nein. Okay, bitte sterb. Ja, was tu ich? Ja, ja. Was tu ich? Sterb doch! Ich lebe! Manu lag wieder rein, weil er den Steinblock kriegt. Ich hab richtig hochgebaut. Wow, zwei Inseln. Die Hälfte ist vor allem noch runtergebrochen. Ich mein, für Überleben ist es egal, aber es ist trotzdem lustig aus. Hä? Erfahrung. Was? Was hast du eingestellt, Manu? Was passiert hier? Level up! Manu, es rollt wieder vollkommen rein. Nice. Hat Spaß gemacht. Ja. Rätsel einfach. Was hast du eingestellt? Ey, du musst den Modus umwechseln. Ja, nee, das hab ich schon getan. Ja, wir machen jetzt ein einfaches Rätsel. Oh. Einfaches Rätsel. Wow, da ist aber viel. Das ist echt schwer. Da kann man ja viel variieren. Ja. Mann. Ich find's spannend bisher. Oh Mist, was mach ich? Ich mach so. So, ich kann Blocken entfernen. Ich kann Blocken entfernen. Toll, Manu. Super toll. Danke. Ich wusste, dass du stolz auf mich bist, wenn er das ist. Mach den doch weg. Der nervt mich. Was ist das? Das ist die dümmste Runde, die wir je gespielt haben. Das ist das Beste aller Zeiten, oder nicht? Vor allem die anderen Try-Alen immer noch. Ich weiß ja echt, was ich gemacht habe. Ich hab schon zwei Blöcke. Alter, wir haben ein Loch im Maul, ey. Und zocken einfach nur. Ich spiele Videospiele. Echt? Du auch? Lol. Nein. Okay. Jetzt hab ich ein Problem. Oh, oh. Was mach ich denn jetzt? Ja. Ja, gut. Also ich hab bei dem einfachsten Modus nur vier Blöcke und ansonsten krieg ich so 26. Ja, ha, ha, yo. Oh, das war so. Nein! Sorry. Du bist ein Moritz, Manu. Nein, Samme, nein. Samme, das klappt nicht. Das klappt nicht! Das klappt nicht. Er darf nicht gewinnen. Den soll da hinschängen. Nein, 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 nein. Das geht, das geht, das geht. Und jetzt noch eins. Oh, Alter, jetzt ist das vorhin. Ich mach so lange, bis ich bei einem Modus bin. Warum nicht nach ganz rechts? Weil er will, dass es runterfällt. Ja! Jetzt hat Manu gewonnen. Ja. Oh, Mann. Verdient, Manu. Ich hab mich jetzt so oder so gewonnen, oder? Nein. Nein. Ich glaub schon, doch. Nein. Einfach nein. Nie im Leben. Nie im Leben. Doch, easy. Hey, können wir ein Modus spielen, wo, keine Ahnung? Ich will grad EP haben. Jetzt lass mir nochmal leveln. Kannst du dir überhaupt einen Gewinner geben? Ja, derjenige, der... Ich hab gewonnen. Der am meisten Spaß hat gewinnt. Ja, okay. Bereit? Soll ich jetzt rausgehen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, dann mach einfach weiter. Aber jetzt spielen wir nochmal Überleben. Hä? Hä? Normal. Warum hostet Manu? Ja, ich weiß es auch nicht. Wie schwer kann es sein, den gleichen Modus wie jedes Mal einzustellen? Ich hör dich nicht. Ja, das merkst du. Ich drehe jetzt auch nur noch runter. Ich try hard. Ja. Das brauchst du uns zu sagen. Das brauchst du uns zu sagen. Okay. Anders kann ich das Spiel gar nicht spielen. Das braucht ihr uns nicht sagen. Das wissen wir. Ich weiß gar nicht, warum ich jedes Mal mitmachen darf, wenn ich eh nicht rede. Er fragt auch immer wieder. Ist echt blöd, oder? Ja. Das Problem ist, wenn ihr nix sagt, gucken die Leute mir noch immer lieber zu, als wenn nur ich alleine bin. Wow. Stimmt nicht. Eat shit. Oh, danke. Lol. Hä? Warum ist das? Hä? Ja, das habe ich eingestellt. Das ist groß. Ich wollte gerade sagen, warum er sich... Lol. Manu? Wie geil ist das denn? Das geht. Ja, okay. Maudado hat ein Problem. Maudado hat ein Problem. Nein. Ich habe kein Problem. Ja, war das gut. Guck mal, wie tief ich bin. Ja, guck mal in meins an. Ich bin tief, Manu. Zombie ist der Einzige, der was Gutes draus gemacht hat. Hä, meinst du das auch gut? Meinst du zwar nicht gut, oder was? Nein. Oh, ein Herz. Hä? Oh, ich krieg ein Herz. Alter, warum noch eins? Ich weiß nicht, alle. Wollen wir sind mehr? Ich, ich. Mach den weg. Oh nein, das ist nicht fair. Irgendwer räumt da auf. Irgendwer räumt richtig auf. Ich nicht. Du räumst nie auf, das weiß ich. Hä, irgendwie ist das hier einfacher als sonst. Ja, wir spielen hier auf normalen schwer. Ach so. Ah. Deswegen kommt Manu so gut klar. Ja, deswegen habe ich bisher jede einzelne Runde gewonnen. Was ist los? Turm, hör auf zu wackeln. Oh, wie der wackelt. Hilfe. Es wackelt der Turm. Es wackelt der Turm. Nee, der Turm, der wackelt. Ich muss sagen, ich habe einfach die ultimative Konstruktion hier erschaffen. Äh, hallo? Ja, komm, ich fress euch mal einen Block weg. Oh nein. Hä? Nein, nicht den Block. Das war mein Lieblingsblock. Ja, meiner auch. Der ist hier geflogen. Sie konnten ihn nicht essen, sie konnten ihn nicht essen, weil sie dumm waren. Ja, scheiße. Oh. Was tue ich hier gerade? Ich verstehe überhaupt nicht mehr, was ich drücke. Ich bin gerade so irritiert. Ja, meint es sich nicht? Nee, anscheinend nicht. Sonst würdest du das sagen. Ich bin so irritiert. Das war ein krass hin und her. Umso höher ich komme. Mach mal mehr irgendwas Böses bei Zombie. Ich habe jetzt bekommen. Nein, jetzt, wo ich eine Plattform habe. Ja, wackelt nochmal nach links. Ja. Nein, das wackelt. Okay, meine Plattform hat mich getötet. Ich habe ein großes Problem. Ach du Scheiße. Was soll das? Das war Maudado. Ja, wow. Das hatte ich echt eine große Chance. Oh, komm. Komm, wir hauen jetzt runter. Ich habe nicht mehr viel. LOL. Das war so eine... Ja, genau. Der Klaus ist bestätigt. Ja, klar. Nein. Ja, genau. Komm schon. Ihr nehmt irgendwas Böses. Nein, nein, was ist das? Oh, danke. Ja, perfekt. Das ist nicht gut. Was mache ich? Oh, oh. Was tue ich? Ich bin der Größte. Was passiert jetzt? Ach du Scheiße. Oh, nein. Perfekt. Nein, nein. Jetzt stacheln da die Löcher rein. Nein. Nein, der ist vorbei. Komm. Aber guck meine Konstruktion auf jeden Fall an, wenn es vorbei ist. Ich bin down. Ich habe null. Guck mal mein Ding an. Ich habe null. Guck mal, wie du es erhebt. Ja. Ultraturm. Ultra. Alter, der ist ja richtig geil. Ja. Das ist das Beste, was du hier gebaut hast. Danke. Boah, ich habe ein Level endlich. Ja. Ich werde motiviert, wenn Zombie reden kann. Wenn ich endlich sterbe. Ich gehe jetzt hier raus. Rätsel Spezial. Ne, jetzt können wir so auch noch fertig spielen. Jetzt ist es eh zu spät. Wir machen jetzt noch zwei Runden oder so. Können wir vielleicht keine Rätsel machen? Ne, wir machen jetzt noch ein Rätsel und danach noch ein Rennen. Und der Rennen gewinnt, gewinnt. Ne, ich habe schon gewonnen für den Part. Ne, hast du nicht. Kann ich nicht einfach direkt verloren haben? Ne. Das letzte Mal hast du auch die letzte Runde ausgepackt. Hä? Loll? Manu? Klaus, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Dein Blog hat sich sehr komisch bewegt. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Alter. Also das war echt krank. Das war richtig krank. Das war so ein Versehen. Darf ich das? Es rutscht doch, oder? Ne, ist verboten. Ne, du darfst das. Oh, hast recht. Ja, ich weiß. Ich bin mir mal nicht angelogen. Ich bin nice von dir. Danke. Äh, bitte. Danke, danke. Äh. Hm. Oh, wann wird das fallen? Das wissen wir nicht. Mit dem ja. Dies wissen wir nicht. Das weiß keiner. Und der Fall. Ne, hä. The Fall. Bald im Kino. Hm. Können wir noch mehr Z-Stücke bekommen, die ich nicht verwenden kann? Ja. Ich liebe die nämlich. Ich glaube, die Runde hier verliere ich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich gewinne so hart. Eben Fehler sind menschlich. Genau das war meine Aussage auch damit. Oh, oh. Nein, nein. Ja, ich habe mich umgebracht. Hätte ich das nicht getan. Was machst du denn, Zombie? Ich habe mich so hart selber getötet. Ja, bei mir auch. Am geilsten finde ich, dass Zombie die eine Lücke einfach gar nicht genutzt hat und deswegen voll den starken Turm da hat. Ja, das war komplett. Oh, oh. Der geht noch. Der nächste geht auch noch. Der nächste geht auch noch. Der nächste auch und der übernächste auch noch. Den kannst du reinklemmen. Eins weiter recht, ja. Ja, und jetzt klemm den ganz rechts ein. Ganz rechts, rechts ranlegen. Ganz rechts, ganz rechts, das schaffst du. Alter, ich wollte ihn doch keine Z-Stücke. Ich wollte ihn nach links legen. Ja, hätte ich auch gemacht. Ich habe mich so angeschrien. Doch wer gegangen ist. Ich war im Geiste bei dir. Wow. Ja. Schwanzige Schande. Zweiter, was? Gut gemacht, Summe. Danke, Maudado. Schwanzige Rande. Lass euch anderen beiden. Warum? Verstehe ich. Ich wollte ihn nur sagen. Alter, Erfahrung. Wir können auch einfach nachher Schwänze messen, wer den längsten EP-Stand hat. Ja, habe ich doch schon gewonnen, oder? Ich bin Philophon nächstes Level. Okay, jetzt stell mal Rennen ein. Jetzt will ich Rennen einfach nehmen können, ohne Wind. Boah, das ist komisch. Ja. Das wäre... Voll das Chaos. Ja, und direkt gegen... Ich bin richtig entspannt. Okay, ich investiere mit meiner Zeit in einen guten Turm. Das tue ich. Ich investiere... Was habe ich mir dabei gedacht? Ich investiere in Bitconnect. Richtig Dummes baue ich wieder und gewinne am Ende. Das war das letzte Mal einfach stark gemacht. Ja, von ihr auch. Von ihr auch. Danke. Ich erinnere mich nicht. Ich auch nicht. Wow, einfach Danke gesagt. Wollte höflich sein. Aber du wusstest noch, dass du gewonnen hast. Weil du es gerade gesagt hattest, in der Runde davor. Nein, ich habe den Busch anstatt. Ich bin der Beste aller Zeiten. Danke, danke, danke für den Busch. Wow, danke. Danke, dass ihr meinen gesamten Turm vernichtet habt. Bitte. Bedankt bei den Tryhardern. Na, mache ich. Ich tryhardt nicht. Ich tryhardt nicht. Die Diker Turm aus, als würde ich tryharden. Was tu? LOL. Kriege ich denn jetzt rein? Danke. Danke nochmal an die Tryharder. Bitte. Alter, ich mache mal wieder den Sandvieler. Oh, ich brauche die Linie. Gib mir einen Ziegelstein. Was geschieht denn? Warum sind die alle schief? Oh, ich auch. Ach nein, warum? Warum hebt es? Ich mache einfach, ich mache einfach, danke. Hey, hat jetzt jeder einen Ziegelstein bekommen? Ich habe einen Ziegelstein bekommen. Oh, der hat er zerbricht. Was war das? Was war das von mir? Ich habe nochmal ein neues Leben bekommen sozusagen. Okay, wir müssen hochbeißen. Okay. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir müssen echt hoch. Guck dir Zumbay an. Alter, wie schnell ist der? Töt ihn! Mach was! Danke. Das ist eine Zeit wieder zurückgemacht. Meine Geheimfähigkeit. Zeit zurückdrehen. Hier, eine Bubble. Für euch. Nein, der ist erst da gut. Ja. Jetzt sind wir ja, oder? Nö. Jetzt ist er weg. Oh, sorry. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Bing. Weiter. Und ich bin letzter. Was? Ich habe so einen schönen Strom gebaut. Alles viel verdient. Alles viel verdient. Manu, letzter. Und das ist fertig. Das baut Klaus so schön. Der ist der Tryhard. Ja, aber... Ich bin zu bauen. Ich kann nichts dafür. Ich habe einfach ein Auge für Sympathie. Ihr müsst wissen, der spielt halt die Kampagne jeden Tag zweimal durch. Wart ihr schon beim letzten Level? Da haben wir voll schwer, oder? Naja, aber es hat ein bisschen Glück mit den Blöcken. Das gebe ich ehrlich zu. In jeder Runde. Wir kriegen doch alle dieselbe Blöcke. Ich wollte nur nett sein. Habt sich Klaus über uns lustig? Ja, macht er. Ich glaube auch. Deswegen hat er verloren. Okay, ich gebe euch eine Revanche, komm. Weil ihr es seid. Was? Hallo, Mordano, nimm auf. Nee. Nein. Ich mache einen Pokal, wenn überhaupt. Ja. Wow. Ich mache nicht diese komische, keine Ahnung was. Du machst danach noch ein Rennen. Kann man die Pokale überhaupt noch machen? Manu konnte die doch nicht ausgehen. Geht, 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 geht. Die war komplett retarded. Ich war in einem Modus, da war ich vorher noch nie drin. Und da hat er sich nichts bei gedacht, so. Ja, ich dachte mir, hm. Was ist denn jetzt passiert? Oh, scheiße. Okay, von mir aus können wir uns verabschieden. Von wo ist der Wind? Ach, von links. Rechts. Ach so. Ich auch. Hallo? Ah, komm. Kein Piano hilft euch. Ich habe keinen Piano. Ja, eigentlich schon. Ups. Na? Naja. Kann man machen. Kann man machen, kann man aber auch lassen. Das stimmt. Komm, war der da. Hat einfach Flo zu ihr Boot, ne? Ja, ist halt wirklich so. Aber warum ist das jetzt weggerutscht? Alter, der war nice. Okay. Haha, der war sick. Ach man. Was ist dieses Buch? Nein. Was tue ich? Das Buch war scheiße, das weiß ich. Wow, was ne Plattform. Was? Warum? Was ist denn mit dem Wind los? Der ist stark. Der ist ultra. Danke. Kriegt man irgendwas, was hier hält? Ja, bei mir hält die gerade auch nichts. Ich verstehe nicht, was mit diesem Turm abgeht. Nein. Hallo. Hallo Wind. Ey, der sollte den da wegmachen. Wird der aufhören? Der wackelt. Ach, der wackelt, weil da unten alles kaputt ist. Okay. Nice. Und ich kann es nicht reparieren. Geil. Stell dir einfach. Warum? Tschüss, ganzer Turm. Tschüss, Zombe, war schön. Es ist erst das zweite Mal, dass alles umfällt. Ach, na dann. Oh nein, nein, dreh, dreh, dreh. Danke. Oh fuck, oh doch nicht. Oh nein, Hilfe, Hilfe. Ich weiß noch nicht, warum ich den jetzt... Drittes Mal. Okay, wir machen was so. Wow, und... Oh, oh, Maudado gewinnt gleich. Wir müssen hoch. Warum, 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 warum? Okay, ich habe die Chance, mal von vorne anzufangen. Oh nein. Scheinbar. Warum passiert das die ganze Zeit? Das ist echt krass, ne? Wir sind wieder... Oh, bis auf der... Na gut, Leute, dann schaut mal in die Beschreibung rein, da sind die anderen drei verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.